Das war das Problem, stellen wir nur die beiden in einem Squad vor. Achso, und, äh, scheiße, ich hoffe, das ist nicht mein Level Up Game jetzt. Dann müssen wir es verlieren. Ähm. Nichts im Office. Ja, ja, aus dem Ohm. Oh, wir haben keinen Switch. Noch nicht alle. Achso. Ich geh hier hin zum Hardscopen, ne? Oh, du scheiß Hacker. Der ist, kommt raus, steht vorne an der Tür. LOL! LOL! Oh mein Gott! Niklas, geh doch mal bitte weg, stell dich mal unter die Treppe oder so. Ich muss euch berichtigen, das ist doch nicht nur ein Sniper ohne Hero. Was sag' ich noch? Wir haben zu gut. Ich hab' 6 HP. Der kommt gleich. Marco, frappst du das Spiel? Ne, oder? Ne. Gut. Ich frapp's nicht mehr als die nächste Zeit erst mal. Ich hab' jetzt drei Videos und das reicht. Ich hab' jetzt gerade, ey. Keine Lust die ganze Zeit zu rennen mehr. Mein Rechner ist so lahm, der braucht ja immer eh dich. Niklas, geh mal runter. Niklas, geh mal runter. Nicht, dass der mich holt und dich dann auch noch. Da steht da vorm Cola. Nein, der Tür. Entschuld. Aber warum lech' ich denn? Ja, was machst'n du da eigentlich? Ich versuchte auf den scheiß Generator hochzuopfen. Hehehehe. Mit viel Erfolg. Ja, ich leck. Ich leck' grad' mächtig. Du warst grad' bei mir im Generator, jetzt bist du oben. Oh, schnell weg. Könntest du hier hochhüpfen? Alleine nicht, da brauch' ich noch einen. Julian, wirst du hochhopfen? Nein, ist zu spät. Nee, nee, ich mein' ja, genau das mein' ich, ob du da einmal Quickscope geben kannst. Oh, der ist jetzt da. Der hat mich da kurz angeglinzelt. Ja. Die olle Drecksau. Jaaa, leck' mir die Müste, Alfa, hat der Glück. Nein. Oha. Da saß ja noch einer. Links, 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 hier Puppe. Ich hab' keine Ahnung, wo der herkam. Na, es bringt das in Freecare, wenn ich den Ding jetzt geben würde. Na, komm, versuch mal, welche rauszusnipen, einfach. Easy. Geht nicht, ich stell' ihn alle da oben in der Ecke. Ja. Das war ne Hölle. Boah. Lol. Also das war definitiv die schlechteste Entscheidung. Jo. Wir stapeln jetzt wahrscheinlich. Komm, lass' dir jetzt schon einen Stapel, Marco. Von allen, die es gab, war das die schlechteste. Ich schau' wegen Backweep, ne? Marco, ich komm mal nicht hoch. Komm, Backweep, Backweep. Bei euch. Oh, ne, ich glaub' der will mich holen. Der Backweep. Jawoll. Den meinte ich. Ist der Rest oben? Ja, ey, der springt raus! Dann rotz' noch drauf und guck' dir dich an! Ja, ich muss erst mal Waffe switchen, Alter, Tara. Oh, 19 AP! Setz ist oben, mit dem Cola. Nikas, du musst sie so hinsetzen. Wird dran? Alter. Alter. Diese Scheiß, du mit. Oh, ich hasse das hier. Nikas, komm mal links. Er hat zwei Hits oben, aber die haben wahrscheinlich einen Deck mit 8 Kits oder so Marco, mach keinen Scheiß, ich hab 19 AP Warte, her geht da die Treppe hoch ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020